Ich hatte schon öfter auch in einer Beziehung das Gefühl, trotzdem alleine zu sein. Deshalb meine Frage und gerne können Sie auch ein Video dazu machen. Ich denke, das interessiert viele. Wie finde ich die richtige, Schrägstrich, Achtung, Seelenverwandte? Nein, 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 nein. Was soll das denn? Ja, die Seelenverwandte, da kam bei mir gerade so das innere Hitler-Murmeltier durch. Hier am Mikrofon. Und bevor wir loslegen, noch eine kurze Info zum Next Level Forum. Für die, die noch nicht an Bord sind, das Next Level Forum ist meine eigene Online-Community für Persönlichkeitsentwicklung. Und da bin ich täglich aktiv. Die Stimmung ist herrlich und ich hau ungefiltert mein komplettes Wissen raus, was so in der Form hier auf YouTube nicht möglich ist. Das heißt, du bekommst da mein tägliches Übungsprogramm mit allem Drum und Dran. Du lernst, wie du selbstbewusst, erfolgreich und charismatisch wirst, gut mit Frauen, gut mit Männern. Ja, ist natürlich für beide Geschlechter. Schüchternheit überwinden, James-Bond-artige Gelassenheit, raus aus der Matrix, Drama und negative Emotionen loslassen und so weiter und so fort. Und das Ganze wird natürlich schön genüsslich im No-Nonsense-Tacheles-Modus serviert. Das heißt, ohne das seichte, oberflächliche, Friede vor der Eierkuchen-Coaching-Gelaber, wie die Coaching-Branche halt heutzutage leider so ist. Also, gerne an Bord kommen, es lohnt sich und wir freuen uns auf dich. Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Knallerfrage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Frahm, ich bin vor kurzem durch Ihre Leeroy-Analyse auf Ihren Kanal gestoßen und bin fasziniert. Beim Thema Dating läuft es generell ganz gut bei mir. Ich hatte noch nie große Probleme, Frauen kennenzulernen und für mich zu gewinnen. Leider war jedoch bisher noch nicht die richtige dabei. Langsam wird das frustrierend und ich denke mir, man muss doch irgendwann auch mal ankommen, sodass die große Suche endlich vorbei ist. Ja, und zack, da haben sie es versaut, sozusagen, im ersten Absatz. Denn das ist das große Problem, dass sie auf der großen Suche sind und damit automatisch den Gestank der Verzweiflung an sich haben. Denn Frauen merken das, ob der Typ locker ist, ob der mit sich selbst zufrieden ist, ob der alleine klarkommt oder ob der die fehlende Rippe sucht, ja, die ihn endlich wieder vollständig macht, du vervollständigst mich. Das heißt, auf der großen Suche nach der Richtigen zu sein, dieses Hollywood-Konzept, was uns die Matrix in die Birne gepflanzt hat, von Kindheit an. Und das war ja nicht immer so, das ist ja eine Erfindung der Literatur und die Filme haben es dann irgendwann übernommen, dass du am Flughafen rennen musst, um der Richtigen am Ende die Liebe zu gestehen, die ich schon 34.000 Mal gesagt habe, nee, sorry, wird nichts, ja, aber weil du gerannt bist am Flughafen und dann die Liebe gestehst, dann funktioniert es auf einmal. Dieser ganze Hollywood-Blödsinn, der wird uns von Kindheit an in die Köpfe gepflanzt und dann leben wir halt im unentwickelten Zustand einfach nur das Drehbuch aus und wundern uns dann, warum uns das alle paar Monate oder Jahre immer wieder um die Ohren fliegt. Und vor allem dieses, man muss doch auch irgendwann mal ankommen, da muss ich immer an Eckart Tolle denken, wenn er sagt, wenn du morgen früh im Paradies aufwachen würdest, dann würdest du nach 20 Minuten ja doch wieder sagen, ja und jetzt? Denn was passiert denn, wenn sie jetzt die Richtige finden, die große Suche beenden können, endlich angekommen sind, ja, was soll das denn heißen, ankommen, ja, gibt es dann nichts mehr zu tun, gibt es dann keine Hobbys mehr oder kann man dann erst die Hobbys machen, ja, wenn sie das denken, ach, dann bin ich angekommen, dann gibt es nichts mehr zu tun und das ist dann ein Selbstläufer, wenn ich jetzt die Richtige kennengelernt habe, einerseits mit der Frau, andererseits im Rest des Lebens, wie manche das denken, ach, dann könnte ich Ausflüge machen, ich könnte in den Urlaub fahren, ich könnte in den Zoo gehen, dann wäre alles gelöst, wenn jetzt die Richtige da wäre, das ist sie. Ja, nichts ist dann gelöst natürlich, es geht eins zu eins weiter. Das ist ein Irrglaube, dass man irgendwie durch eine Frau irgendwo ankommen könnte, ja. Die einzige Möglichkeit, wirklich anzukommen, ist, dass man diese ganze Suche aufgibt, was nicht heißt, dass man jetzt keine Frauen mehr kennenlernen soll, aber dass man sich löst und frei macht von dieser krampfhaften Suche nach der Richtigen oder dem Richtigen und dann das Leben weiterhin als Persönlichkeitsentwicklungsspiel begreift. Dann kann das funktionieren mit Frauen, mit Männern, mit dem Partner und dann kann das auch, wenn einem der Sinn danach steht, lange funktionieren, aber wenn ich auf der großen Verzweifelten suche nach der Richtigen oder dem Richtigen bin, dann ist das Chaos schon vorprogrammiert. Und wer das nicht glaubt, braucht sich ja nur mal die Welt angucken und jetzt nicht auf das hören, was gelabert wird, sondern wie es wirklich ist, wie die Leute wirklich sind und miteinander leben, wie die meisten Beziehungen hinter verschlossenen Türen nun mal aussehen. Ich gebe dir das Geld, damit ich dich nicht töten muss. Ja, also bitte die große Suche beenden und anstatt bei Frauen ankommen zu wollen, bei sich selbst ankommen, darum geht es, denn dann braucht man die Frau auch nicht und dann kommen und bleiben die Frauen auch leichter, wenn man sie nicht braucht. Ja, denn alles, was du krampfhaft hinterherjagst oder wem du krampfhaft hinterherjagst, entfernt sich automatisch von dir und andersrum. Ja, weiter mit der Frage. Ich hatte schon öfter auch in einer Beziehung das Gefühl, trotzdem alleine zu sein. Deshalb meine Frage und gerne können Sie auch ein Video dazu machen. Ich denke, das interessiert viele. Wie finde ich die richtige, Schrägstrich, Achtung, Seelenverwandte? Nein, 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 nein! Was soll das denn? Ja, die Seelenverwandte, da kam bei mir gerade so das innere Hitler-Murmeltier durch, hier am Mikrofon. Das heißt, sie sind offensichtlich noch ein bisschen neuer dabei, was ja auch nicht schlimm ist. Es kann ja auch nicht jeder lange dabei sein und meine Videos in- und ausführlich kennen. Nobody's Perfect, deshalb gerne nachholen, gerne ein paar Videos von mir zu dem ganzen Matrix-Thema noch gucken und ins Forum kommen und dann von dem ganzen Hollywood-Unsinn, von diesen ganzen Matrix-Konzepten wie die richtige, die Seelenverwandte oder der Seelenverwandte verabschieden und final aufwachen und in der Realität ankommen. Und dann eben die große Suche beenden, gleichzeitig gerne die Schlagzahl erhöhen in Sachen Frauen und Dating. Erhöhe die Schlagzahl, aber beende die Suche. Klingt wie ein eigener, ganz guter Videotitel. Und dann durch Persönlichkeitsentwicklung und ein neues Selbstbewusstsein bei sich ankommen. Da kann man durchaus final auch ankommen, auch wenn das trotzdem stetig Arbeit ist. Ja, und Work in Progress, wie man so schön sagt. Und dann mal gucken, wie die Frauen so auf dieses neue Ich reagieren. Denn wenn sie mit dieser Alles-Kan-Nichts-Muss-Einstellung auf die Damenwelt zugehen, haben sie natürlich einen wesentlich besseren Vibe, eine bessere Energie, als wenn sie mit der Es muss, Es muss, Es muss. Und ich muss endlich ankommen. Und wann ist denn diese große, schreckliche Suche endlich vorbei? Wie es so schön heißt, if you're looking for the love of your life, look in the mirror. Und vielleicht noch einen Punkt für die eventuellen Jammer-Kommentierer, die jetzt sagen, ja, so einfach kann man es nicht sagen. Ja, natürlich gibt es Leute, die besser und schlechter zu einem passen. Das schließe ich natürlich überhaupt nicht aus. Deshalb sage ich ja, Schlagzeile erhöhen und wo es dann ganz gut passt. Da gerne Zeit miteinander verbringen. Aber natürlich, nur weil es jetzt Leute gibt, die besser oder schlechter zu einem passen, ist es ja nicht auf einmal ein völlig gesundes Konzept, nach der richtigen Seelenverwandten zu suchen. Ja, das ist so ähnlich, als wenn du ins Vorstellungsgespräch mit der Einstellung reingehst. Das muss jetzt auf jeden Fall klappen. Das hier ist der wichtigste Moment in meinem Leben. Wenn das hier nicht klappt, wenn ich es hier versaue, wenn hier drei, vier Wörter nicht on point sind, dann ist mein Leben im Eimer. Ja, dreimal dürft ihr raten, wie das Vorstellungsgespräch dann ausgeht. Wie der Vibe ist, ob du dann angenehm, sympathisch, selbstbewusst und charismatisch rüberkommst. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, das war es mal für heute. Das Wort zum Sonntag. Einen kurzen, genüsslichen Anti-Matrix-Hammer. Quer auf die Rübe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, im Coaching oder im Next Level Forum. Links dazu sind unten in der Beschreibung. Gerne mal reingucken. Also, bis dann. Haut rein. Macht's gut. Ciao. Jetzt hör schon auf mit der Scheiße, ja? Aber manchmal bin ich halt alleine. Weißt du? Ich bin nicht alleine.